Lesen können wir es aber trotzdem. Ja, ich gehe doch nicht rein. Ich bin ja mal gespannt, ob du durchsinnst. Natürlich auch schon. Ich möchte von einem Schönen jetzt. Zu spät. Ich mache das zu schnell. Du bist zu schnell. Wie mache ich das? Jetzt. Jetzt sehe ich euch. Jetzt bist du auch mal oben. Holen wir es so unten. Ja, weil ich selber nicht live war. Ich habe vorhin bloß eine Gastantragung gemacht. Aber es hängt noch. Keine Ahnung. Ich höre euch jedenfalls nicht doppelt. Auf jeden Fall reagiert es auch schnell. Ja, das stimmt. Also wird es ja heute klappen. Also probieren wir es jetzt noch mal. No. Super. Ja, Kevin ist beigetreten. Muss man erraten. Ich kann das gar nicht lesen. so klar, wie das da ist. Oh, schreie nicht so, ey. Kevin. Hier gibt es doch irgendwo so ein Spiel. Ja, das habe ich bei uns auch schon so erkunden. Warte mal, mein Kind ruft mich schon wieder. Oh, ja. Ja, ich mache leiser. Hier ist es doch. Den hast du zu einem Match einladen. Ausprobieren. Jetzt haben wir ein Spiel. So, jetzt geht es los. Aber mir ist bloß einer online. Ich werde bestimmt nicht verlieren. Wie, wie habt ihr online? Gar keinen. Gar keinen. Likes haben wir jetzt. Guck mal, ihr habt schon drei. Ich habe erst null. Bei mir zeigt es das nicht an. Wir haben 13 Likes. Doch, ja. 13? Nicht sie bis drei. Null Zuschauer. Da habe ich schon überhaupt keine Zuschauer. Da, ein. Da, da. No, ein. Bitte. Die kommen. Hallo. So. Also, probieren Sie mal. Aber ich finde, dass das verzögert ist. Zumindest, wenn ich auf mein Handy gucke, ist es sehr verzögert. Nee, bei mir gerade gar nicht. Gerüchte Assi-Küche ist beigedreht. 6-0. 6-0. Nee, nee, nee. Dankeschön. Können wir auch hier machen. Willst du den kürzen Namen raus? Vielleicht hast du das wieder nicht lassen. Oh, nee. Das war aber richtig. Das war hier. Und ihr so? Macht ihr so? 25 Likes. Klar, die müssen morgen arbeiten. Ja, muss ich. Alle, die reinkommen, die können mal bitte liken. Bitte auf das Display tippen. Tipp, 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 tipp. Aber für uns. Ja, die tippen schon wieder. Für uns. Leute, ihr müsst tippen. Wenn sie bei mir reinkommen. Bei mir. Nee, die sollen ja bei uns rein. Nein, nein. Lass mal. Ich denke mal, ich habe schon genug. Nee, wir haben erst zwei. Nein, ich habe erst zwei, die online sind. Nee, wir haben einen. Das ist die Carmen. Die Carmen. Hm. Böhme. Richtig. Hast du Langeweile? Ja, Sandro. Ich habe Langeweile. Du kannst noch ein bisschen aufs Display tippen hier, Sandro. Sandro, du kannst uns auch folgen. Wollt ihr uns auch? Nein, ja. Folgen, ja. Ey. Wir verlieren. Wir verlieren. Ah, wir haben unsere... Was kriegst du denn, du? Was kriegst du schon wieder? Lass dir schmecken, ey. Unbezahlte Werbung. Oh, danke für die Likes. Gleich dann. Ja. Gleich dann. Mal ändern. Kapi. Jetzt wird geschummelt. Ja, Luna. Mir geht gar keiner rein. Danke, Maldi. Aber komischerweise, auch wenn sie liken, ne? Die Likes gehen zwar höher, aber... Aber die zahlen nicht, ne? Aber die zahlen nicht. Ja, ich glaube... Irgendwo steht das beschrieben. Drei Likes, zehn Likes, drei Punkte oder irgend sowas. Okay. Hatte ich mal irgendwo gelesen. Irgendwo. Hm. Stille. Wahrscheinlich, wer geliked hat. Ja. Ja. Du und kam. Deswegen haben wir auch drei. Ja. Stille. Stille, Stille. Ist ja auch keiner drin, Junge. Das Schweigen der Lämmer. Aber ehrlich. Teil 15 oder so. Brauchen ein gutes Thema. Also Stille hat heute Abend einen Dorffieber, ne? Scheiße, ne? Wirklich stark. Ja, ich kann mich auch anziehen. Freude. Jawohl, ja. Ich muss mir liken, wenn ich meine Zuschauer kriege. Ja, nee, ne? Ja, ich habe es so gefreit, ne? Oder habt ihr Belehrung oder so eine Scheiße, ne? Was? Ich habe mit dir mit dem Sandrücken geredet. Sorry. Schade, dass wir nicht richtig zusammen live gehen können. Die gewesen richtig zusammen. Wir haben Gleichstand, ne? Ja. Wird nicht besser. So. Unentschieden. Na toll. Wie? Gibt es denn hier eigentlich noch eine Ehrenrunde? Ja, Mausi. Ich wollte eigentlich arbeiten, aber... Was will ich schon sagen? Wir sind erstmal vorübergehend in Quarantäne. Also was heißt wir? Ein Kind von uns ist in Quarantäne. Vorübergehend. Du bist mit dem PCR-Zeitung. Hallo, verstehst du mich? Also ich habe frei. Hey, Rico! Ich habe Überstunden abgesetzt, und zwar Montag und Dienstag. Und hatte Donnerstag und Freitag Urlaub. Hallo! Jetzt können wir heute mal konkurrieren. Wie geht das mit dem Match nochmal? Macht das Match nochmal. Los, ihr müsst bei uns jetzt ein Matchen hier. Oder? Schaffst du es? Schaffst du es? Hey, guck mal, klar. Jetzt. Alle drücken. Los, zack, 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 zack. Und jetzt alle liken, alle liken. Ich habe bloß noch einen drin. Liken, liken, liken. Mal alle liken für uns, bitte. Bitte, bitte. Das ist zu wenig. Boomogel, hey. Boomogel, liken. Rico, ist das jetzt dein Ernst, dass du zu Chrissy gehst? Danke. Du bist ein Verräter, ja? Super. Claudia, lass dich nicht händeln, Gretel, ne? Ja, ja. Ein Verräter. Ich gehe auch nicht mehr von Rico in den Live, so. Was, der Pumogel kommt von dir, oder was? Den Pumogel kenne ich, das ist der Rico, ja. Hallo Rico! Chrissy, Dani, Dani, Chrissy. Hi. Oh, da führen wir aber 6-3 jetzt. Na, Carmen, um dir das nochmal verständlich zu machen, wie gesagt, das Kleinste von uns ist Corona-Positiv heute in der Schule gewesen. Natürlich mussten wir PCR-Tests machen heute, das dauert drei Tage und, naja, Stanley hat sowieso Fieber, Grippewelle halt, ne? Aber negativ ist Stanley, von daher machen wir uns da in die Berichte. Bist du dann mal fertig? Wir müssen gewinnen. Das zählt nur einmal bei uns. Während Claudi trinkt, müssen wir liken. Claudi trinkt. Nie helft durch. Sehr gut. Du wirst es immer gut. Ha, ich hab Sex. Ey, du, Likes. Was? Wie hast du jetzt? Einfach, wenn du Likes bist. Während der Kamera. Danke, Rico. Danke, Rico. Oh, nee, sie gewinnt. Rico, zurück. Los, aber zurück. Ähm, ja, aber tatsächlich hab ich mit dem Arbeitgeater-Tilieger gemacht. Hab gefragt, wie ich mich verhalten soll und der hat natürlich gesagt, lässt sich nie ändern. Oh, Rico, super. Ich danke dir. Ich bin mein Zeug für euch. Welches Zeug? Was wir nehmen? Bücher. Oder die Bücher? Oder das. Die Pillen, die Pillen meinst du? Die Pillen, ey. Die sind unsere Geschichte. Na klar, die. Die Pillen können wir nicht ab. Warum verratet ihr das? Ach, Symptome. Die willst du haben. Die füllen wir ab in der Flasche. Oh, du kommst her und knüttelst immer drüben bei die Jungs. Genau. Warte, komm, geh. Können wir uns auf Arbeit testen lassen oder müssen wir jeden Tag in die Apotheke rennen? In die Apotheke? Was willst du denn jetzt mit der Apotheke? Nee, du kannst dich auf Arbeit testen. Ey, 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 was ist denn da los? Warum folgst du? Ja, folgst du. Warum like ich uns hier bei Claudi und wir? Komm, geh ins Bett jetzt. Nein, ich schau nicht, wie glaub ich, du zeig das vor. Ja, ist gut, das steckt. Luna, Zähneputzen, Puller. Und ab ins Bett. Hi, Jenny Rotbacke. Hi, Jenny. Die war doch schon im Bett. Oh, sorry. So, so geht es jetzt hier um Corona. Da haben wir ein Bildes raus. Das hast du schon gesehen. Wer braucht noch ein paar Symptome dann? So, sind wir bei Symptome. Ich muss da auch mal herkommen. Hallo, Jenny. Und alle, die dabei sind, ja, ein Kind ist positiv getestet worden von uns und wir warten auf den PCR-Test. Danke, Jenny. Tschüss. Danke für's Folgen, Sven. Danke für's Folgen, Sven. Bitte, bitte. Du sollst uns weggehen. Wir wollen ja gegen Claudi gewinnen. Ich mit Nummer zwei. Was ist los? Ich mit Nummer zwei. Was willst du, Rico? Hier kommt jemand. Hier kommt jemand. Oh, danke, Sven. Ja, du musst ins Bett gehen, Luna. Ich kann doch nicht die ganze Zeit nur leise sein. Mein zweites Profil. Ja, Pumuckl, Rico, ich folge dir doch auf deinem zweiten Profil. Alle beide Profile folge ich dir. Hey, Rico, wir folgen dir oben, wenn es noch Likes gibt. Das ist Erpressung. Hey, pssch. Ich denke mal, die Runde habt ihr verloren, wa? Ja, toll. Meine Leute sind halt einfach die Besten. Ich danke euch. Bei uns sind sie wenig online noch. Ich habe Uplus 3. Guten Abend, Mama. Äh, 79a. Ja, toll. Siehste, jetzt warf ich wieder verloren. Ehrenrunde. Ich bin mir auf Ehre, wa? Na, los. Haut noch mal in die Tasten. Revanche. Tschaka. Alba, hallo, Alba. Hallo Sven, was? Oh ja, doch, Sven Thiele. Hi, das ist von Pumuckl, der Bruder. Das ist von Pumuckl, der Bruder. Das ist von Pumuckl, der Bruder, Sven. Schön, dass du sie kennst. Also, herzlich willkommen in meinem Chat. Mein Meldet kommt gleich wieder. Ach ja, danke für die ganzen Likes. Mischung, Stocke. Und, was macht ihr so noch? Danke, Pumuckl. Das ist ein gutes Unentschieden dann, oder? Das ist mein drittes. Hast du drei Profile, Rico? Schick mir mal Freundschaftseinladung. Claudi, lass das Bier weg. Ich muss dann mal einfach mal gucken. Du musst weniger trinken, dann klappt das auch mit der Sprache. Oder ins Meer. Das gleicht sich wieder aus, natürlich. Wenn der ganze Mist vorbei ist, können wir auch eins zusammen trinken. Aber pssst, wann denn? Du hast doch nie Zeit. Ja, neuer Arbeit und so. Aber die fällt wie die Hölle, muss ich schon sagen. Arbeitest du mit einer Anne zusammen? So eine hübsche Blonde? Wir haben viele hübsche Blonde auf Arbeit. Achso. Dann will ich sie. Wenn ihr dort eine Anne Knabe? Ja, die ist sogar in meiner Abteilung. Weißt du, wer das ist? Von der Lilly, der Schwester. Das habe ich mir schon überlegt. So wie die guckt und so. Aber scheint ganz nett zu sein. Der Anne ist super nett. Selbst Lilly ist nett. Mehr trinken. Immer mehr trinken. Was? Ey, die blonde Anne. Meine Schwester Pumuckl. Echt? Ach, die Anne doch. Nee. Nee, nicht der Anne Thiele, sondern die Anne Knabe. Och, Pumuckl. Verwechsel das nicht. Die Chrissy arbeitet nicht in der Brauerei. Nee. Ich bin nicht beim Alkohol. Ich bin im Labor. Danke für die Likes. Ich glaube, ich muss echt sagen, das macht übelst mega fun. Aber du stehst dort fast nur, ne? Das ist egal. Weil das gleicht sich in den Pausen aus. Und die acht Stunden ist Gewöhnungssache halt, ne? Was ich da mache? Ne, guck mal. Ich muss mir herstellen verschiedene Sorten von Asphalt bis, was ist denn da noch dabei? Ja, schon so vieles. Tut ihr dort nicht das Wasser kontrollieren? Auch? Ja, ne? Ja, wir haben riesengroße Filteranlagen selbst. Und wir müssen die ja auch stabilisieren und alles. Mit Chemikalien. Und hast du nie gesehen. Fetzt wie die Hölle. Prost. Hey, der Rico ist wieder da. Yay. Nee, nee, nee. Rico. Komm mal zurück. Wir haben noch eine Minute 25. Schön mal bitte auf den Bildschirm drücken bei uns. Ja, genau. Ihr müsst gar nicht schenken. Liken reicht zu. Geschenken kostet bloß Geld. Eben. Oh, die Spätschicht ist total entspannt, oder? Du machst ja keine Spätschicht. Brustträger. Nee, ich habe nur von einem sieben bis halb vier. Ich habe eine Mutterschicht. Jenny Rotbacke, wir grüßen dich. Zumindest ich erst mal. Mein Männchen musste erst mal zum Kind. Weil, wie gesagt, unseren Kindern zwei davon geht es nicht gut. Ah, dann geht er jetzt mal. Ja, ich trinke die Grae Brut. Es ist lecker, Sandra. Was ist lecker? Der eine Euro macht mich nicht arm. Ob ich drei Grae Brut trinke, hat mich der Sandra gerade gefragt. Das schmeckt gleich brauche von mir. Ja, nicht klar kennst du doch. Sie kommen rein. Wir sollen Jenny grüßen. Muss die Jenny auch noch grüßen? Nein, Jenny. Habe ich noch schon. Ja, aber sie hat gefragt, ob wir sie noch grüßen können. Na klar. Hi Jenny. Na ja. Trotzdem. Der Danny ist wieder da. Na klar. Na klar. Ja, wer ist noch mal hier drin? Peter. Ist der noch da? Boah, die Runde geht an euch, ne? Danke. Ja, so wie jede, Claudi. Ja. Ja. Beim vorigen habe ich gewonnen. Das stimmt. Was? Beim Peter. Hallo, Franzi. Was? Der siegreiche Host kann lustige Aufgaben für den Verlierer. Danke Jenny für die Likes. Herzlichen Glückwunsch im Sieg. Schreiben Sie. Revanche. Nochmal. Revanche. Na klar. Revanche. Lerne, das spiel. Das war ich kriegen. Jenny. So, und jetzt haut mal alle in die Tasten hier. Alle aufs Display drücken. Liken, 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 liken. Bis euch die Finger klünen. Drücken, 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 drücken. Bis euch die Finger klünen. Ich will gewinnen. Nee. Nein, da. Ich will mal machen, Leute. Was? Was willst du, Rico? Das, was ich immer mache beim Verlieren. Also beim Verlieren schminkst du dich ja. Oh, hier. Was war schön? Du verlierst was? Beim Verlieren schminkt doch Rico sich. Da schminken wir dich. Ich wollte es nicht. Per Light. Dann gehen wir live und dann schminken wir dich. Der Rico hat nämlich einen Bruder. Der hieß hier Sven. Noch irgendwas. Also der Pumuckl. Der war auch gerade bei uns und hat uns ein Light dagelassen. Sehr gut, beide so. Ja, du bist am Rand. Du kennst dich nicht. Sehr gut. Jetzt bist du weg. Er haut mich um. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Danke, Maudi. Danke, Johnny. Danke. Danke. Danke für eure Likes. Nein, er hat schon wieder neune. Wieso denn das schon wieder? Ach, ja. Frühstück, wie du mich aufstehst? Ab ins Bett. Ja. Ich hab Mittagsschlaf gemacht heute. Was für ein Luxus. Ja, wenn man schon mal daheim ist, kann man das schon mal machen. Hm. Habt ihr eigentlich schon Weihnachtszeug aufgestellt? Nee, das mach ich am Wochenende. Mal gucken, wie ich... Hast du schon mal stehen? Nein. 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 Wir haben noch November. November, November. Hey, November? Ja, aber diesen Sonntag ist der erste Advent. Was? Nächsten? Wieso diesen? Diesen. Echt jetzt? Der jetzt kommt, ist der erste Advent. Ja, du hast geschlafen. Hörschlauch. Also ich. Was stellst du das Weiherszeug auf, Morsi? Geht's mit mir oder mit Carmen? Carmen schreibt gerade, dass es Morsi stellt. Sie wartet noch auf ihrem Baum. Okay. Wieso? Da ist man noch nicht groß gewachsen. Da musst du noch mal gießen. Und dann... Ja, jetzt kommt. Jenny will. Hat Likes gesendet. Danke. Bewege dich bloß. Danke. Oh no. Danke. Was machst du denn? Hör dir auf, die Kuschel voll. Ich schuhe wieder am Essen. Oh nee. Warte mal, wer hat die Geschichte? Hey Tim. Hey Tim. Schön liken, wir verlieren sonst. Schaut mal, ich hab's doch. Krass, sie gewinnt, während sie isst. Das gibt's doch gar nicht. Müssen wir jetzt auch vor der Kamera essen, dass wir gewinnen? Hm. Hey Ani. Ja. Na der, komm. Tim. Tim Zocker. Danke für die Likes. Was? Die tippen, was er so zockt. Was so zockt? Was ist das? Zocken, zocken, spielen. Was er so spielt. Zocken. Das ist die moderne Frage. Mir geht's gut, Ani. Und dir? Sicher, dass es dir gut geht? Den schlechten Leuten geht's immer gut. Unkrat vergeht nicht. Danke für die Likes. Wir verlieren. Wie viele sind denn bei dir online? Eine. Also Sandro und der Ani. Schaut mal, mein letztes. Gar nicht, Pumoke ist bei uns. Was ist denn das letzte? Ach nee, das ist ja der Regen. Ich hab nie gesagt, Pumoke. Ich hab nie gesagt, das ist einfach online. Machen wir. Wir haben auch jede Menge heute gemacht. Warte, ich guck gleich mal über mein Profil. Und dann übe ich. Ganz okay. Was ist denn los? Ganz okay. Klingt ja nicht so. Ich krieg bestimmt bald eine neue Arbeitskollegin. Danke für die Likes. Vielleicht. Ja, ob's in der Abteilung bei uns kommt, will ich nicht. Weil wir sind ja schon zu neuen. Ich muss erst mal einen Pumoke finden, kurz bevor ich hier... Ja, aber ehrlich. Was denn? Versprich Juma und dann nichts. Falsch. Ich hab gewonnen. Ja, mal wieder. Hey, ich bin der Gewinner. Folgen. Wä? Super geschminkt. Ich zeig's mal allen. Ich halte mal die Kamera. Das ist Pumoke. Auf meine Frage. Er hat auf meine Frage geantwortet. Das ist gut. Ich bin mir das lautig. Das ist gut. 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 Weiße Nutella? Ja, das ist du. Ah, alles klar. Glaubst du, das habe ich meiner Mutter heute erzählt gehabt, dass der Kleine halt positiv in der Schule war? Ich durfte noch nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Wir haben durch die Scheibe gebetet. Dein Ernst jetzt? Ja. Oh, scheiße. Na ja. Na ja. Jetzt ist er nicht. Hi, Rico. Wechselst hin und wechselst her. Kannst dich nicht entscheiden, ja? Aber es ist gut. Aber es ist gut, er will bloß allen beiden gerecht werden. Sehr gut. Wieso haben wir, wieso spielen wir schon wieder? Hä? Nee. Nee, die Ehrenrunde läuft ab. Aber ich habe 18 Likes. Geht ja gar nicht. Ich habe das gar nicht gemacht. Nee, ich habe das neu. Also wir haben das neu. Sag mal, bist du schon wieder? Essen hält Leib und Seele zusammen. Richtig. Nein. Wir haben das neu am Kumpeln. Man oder warum? Kumpeln. 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 Sven ist wieder da. Hihihi. Donnie. Natürlich. Sieh da. Sieh da. Sven ist beigetreten. Bei dir. Ja, bei mir nur. Männer können immer essen. Richtig. Ja, das stimmt. Ja. Würde ich jetzt nicht so sagen. Du Pierre, nee. Nee? Der Pierre. Der macht das alles mit Flüssigkeit. Flüssigkeit? Ne? Nein, so auch nicht, ne? Nein. Wart ihr eigentlich am Montag in der Stadt? Ja. Ja. Immer. Jeden Montag. 600 Mann wollen wir wieder. Seid ihr aber nur in der Stadt rumgelaufen? Genau, Jenny. Das ist meine Entscheidung. Zu essen. Hm. Nur in der Stadt. Okay. Na, ich bin von der Arbeit gekommen und hab euch bloß gesehen. Also, die meisten in der Stadt. Ach so. Hm. Da dachte ich mir, da wird die Claudi auf alle Fälle dabei gewesen sein. Definitiv. Ich habe einen Sturzel. Der guckt hier raus. Hm. 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 War die Polente auch wieder live, äh, auch wieder da gewesen? Wer ist denn jetzt die Polente? Hm. Was meinst du? Die Polente-Ente. Was ist denn das? Danke. Danke. Danke, Jenny. Polen? Danke, Jenny. Polente. 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 Ja, ich versuche das gerade auszusprechen. Ich weiß nicht, was das ist. Meint ihr die Polizei? Na klar. Die Bullen. Ja, die Bullen. Ja, alles klar. Ähm, das waren aber nur unsere Stadt Bullen. Nur zwei Autos haben uns kontrolliert. Das ist nicht so schlimm gewesen wie im April. Aber wird vielleicht wieder schlimm. Ja, weißt du ja nicht, was noch kommt. Ich bin ja mal gespannt, was nun mit dem Weihnachtsmarkt wird. Ob der ab 12. ummachen darf oder nicht? Das hängt ja nicht vom Krüger ab, sondern vom Kretschmer. Ja, ich weiß. Aber trotzdem bin ich gespannt, ob das nun wird oder nicht. Ich glaub's nicht. Hä? Ich glaub's nicht. Ich auch nicht. Weil der Kretschmer und Davy die sind voll Idiotis. Echt? Ist das anfangen? Ist da dabei Jenny? Das ist cool. Ja. Das ist gut. Kaum im Endeffekt zu bleiben auf Weihnachtsmarkt. Ich denke auch. Ich denke auch. Aber wo trinken wir da alle unseren Glühwein? Können wir uns gar nicht mehr treffen. Zuhause. Müssen wir alle hier Home-Partys machen. Treffen uns dann hier. Glühweinstand auf dem Parkplatz. Okay. Das Geläster. Grüß dich. Hm? Das Geläster dann im Haus. Ach, psscht. Interessiert mich doch nicht mehr. Hä? Interessiert mich doch nicht mehr. Ah, Claudi. Die Sandy unten. Hat jetzt ein Bauti? Was hat die? Einen Hund? Der ist so glät. Der ist so glät. Der ist so glät. Das stimmt. Der ist so glät. 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 Anime ist beigetreten. Hi, Anime. Hallo, Pauli. Was ist das? Hört auch geil aus. Ja, hier, gucke. Da ist der Wauzi von der Sandy. Mhm, süß. Mit der Sandy wieder alles okay? Bei euch? Ja. So lange. Was, ich war noch nicht so. Ich habe einen Wackelkopf. Das ist schön, Sandy, zu hören. Herzlich willkommen immer wieder, wenn wir da sind. Ja, Mausi, der ist wirklich niedlich. Ich hatte nur schon zweimal auf dem Arm. So richtig so klein und süßes Babywuschel. Und Maggie durfte... Dürfte klappen. Ich würde das auch haben. Wie geht das? Ja, dann gehst du einfach auf... Warte, jetzt bin ich schon weg. Keine Ahnung. Hallo, Tommy. Hi, Tommy. Auf diesen Stift mit den dreien Sternen. Und dann gehst du auf Effekte. Schatz, guck mal her, guck mal her, warte, 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 warte. Das sieht gut aus. Ja. Und bei dir? Du mit Bart. Jawoll. Siehst du, so musst du deinen Bart machen. Genau so. Aber die Brille steht dir, ne? Ja, ne? Die kaufe ich mir noch. Verdammt, den steht irgendwie alles, ne? Das sieht echt gut aus. Und dich? Wie sehe ich erstmal nach? Sehr gut. Oh, gut. Warte doch mal. Lass deinen Kopf bewegen. Da geht's nicht. Jetzt geht das bei dir. Ja, das stimmt. Die kann man nur sagen. Wieso will ich das denn immer? Mach du dich doch mal so. Ja. Ja. Bist du schon reif? Die musst du sagen. Hier, guck mal, da bist du wieder. Bist du schon reif? Lass dich. Ist der niedlich. Danke. Der Hund. Ja, mach ich doch. Übrigens, ihr beide sind mein Idol. Ich freut uns. Wer ist reif? Hallo, Michael. Von Bayern. Bayern. Jetzt ist die Klaudi weg. Da hat die bestimmt was Falsches gedrückt. Ja. Sieht aber komisch aus, Schatz. Ich kann das. Genau. Die Orange will dich knutschen. Ey. Ja, aufgegeben. Hast du das lieber gegeben? Du kriegst sie wieder. Oh, nö. Ah, ja? Ja, wiedergegeben. Wir schmeißen uns gerade. Ich will die nicht haben. Warte, ich mach sie weg. Ich mach sie weg. Da. Echt jetzt? Ist das so? Was ist das? Oh Gott, nee, da wird man ja bescheuert im Kopf. So, wie macht man das jetzt wieder normal? Ach, hier. Da. So. Gurkenjoker, hi. Ja, wir bleiben noch ein bisschen im Livestream. Na, sicher. Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen. Hallo, Christoph. Christopher. Christoph. Ja. Gunne. Wann ist die Hochzeit? Welche Hochzeit? Wo müssen wir hin? Eben. Mausi, wann denn? Woden. Wann? Wo genau? Wo sollen wir sein? Na, mal gucken. Hi, hi. Das ist raus. Unsere. Das erzählen wir noch nie. Tja. Gute Frage. Seit wann kennen wir uns? Oh. Seit wann wir uns kennen. Wollen wir uns mal raten lassen? Rate mal. Rat mal. Aber ohne Carmen. Ich weiß nicht. Genau. Mausi, du darfst es nie verraten. Jenny soll mal raten. Genau. Und Mausi, wir wissen, also, ja. Ach mei. So. Wann mal. Du wirst es früh genug erfahren. Claudi, ihr Wort weg. Nee, du. Elena. Moin. Hallo, Elena. Da stehen immer zwei. Ja, keine Ahnung. Wir haben schon 3000. Oh, nee. Nein, nein. Nein. Wir kennen uns noch nicht so lange. Nein. Ein Versuch hast du noch, Jenny. Wenn ihr alles da schon drauf gespannt ist. Jana hat mich damals, nee, was heißt damals? Vor ein paar Tagen hat Jana mich schon gefragt, ob sie endlich Trauzeugin machen darf. Das hast du mir gar nicht erzählt. Die will unbedingt die Trauzeugin sein. Das hast du mir gar nicht gesagt. Ja. Hallo, Pumo, der ist wieder da. Pumu. Pumo? Werden noch? 2014. Nee. Jetzt müssen wir es auflösen. Tatsächlich. Kennen wir uns. Na, hau raus. Oder weißt du es nicht? Du weißt es nicht. Weißt du es? Ja. Sie darf das nicht sein, Jana. Ach, die Jana. Warum? Seit wann kennen wir uns? Also kennen tun wir uns? Seit letztes Jahr November. Ja. Zusammen sind wir seit diesem Jahr? Mai. Ja. Genau. Mai diesen Jahres. Ja. Ja. Was, 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 was. Was, 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 was. Was, 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 was. Oh, nee. Was, 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 was. Warum das? Hallo. Hallo. MB, hi. Oh Gott, ist raus. Oh mein Gott. Na ja, warst knapp, knapp dran. Ja, ganz knapp warst du dran. Mach doch nichts. Nee. Kann ja auch nicht mehr wissen. Hm. Pummel ist nur am Lachen. Warum lacht denn der? Warum lachst du? Es gibt es da zu lachen. Die Claudi ist raus. Der lacht bestimmt über unsere Videos. Die er sich gerade angeschaut hat. Machst du das? Hm. Hey, aber guck mal bei YouTube. Da sind noch bei YouTube drin. Tatsächlich. Aber unter anderem Namen. Ach, die Kinder mit ihren Suss-Suss-Suss. Ja, keine Ahnung. Nervt mich bloß sowas. Ich werde jetzt sowas nicht mehr annehmen hier. Wir werden sowas nicht mehr annehmen hier. Genau. Gleichberechtigung. Mindestens. Ich lasse dich jetzt mal kurz alleine. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee, ich weiß gar nicht, was ich alleine sagen soll. Doch, natürlich findet man uns bei YouTube. Klar. Chrissy und Daniel. Sonst auf unserem Profil ist der YouTube-Link drauf. Ist quasi verlinkt. Warte. Ich weiß, dass uns auch bei YouTube folgt. Dankeschön dafür, Danny. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Alles dunkel. Matcheinladung. Jetzt matchen wir. Wir matchen wieder, Leute. Gegen ein schwarzes Bild. Nein, mein Zimmer ist gerade alles dunkel. Ach so. Dann muss man nicht genauer. Aber nicht da. Mautik ist gut. Nein, es ist doch dunkel. Das ist mehr Zuschauer, das ist unfair. Tja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man uns sieht. Unser Profil. Ich hatte vorhin 300. Echt? Cool. Wo sind die hin? Nein, das war vor drei Stunden. Ach so. Tja. Da habe ich gezockt. Ach so. Was spielst du denn? Alles. Alles. Nicht schlecht. Wie alt bist du? FIFA, GTA. Ah, FIFA spiele ich auch gern. 22. Ne, 22 habe ich noch nicht. Ich habe erst was 21. Ich habe FIFA 19, FIFA 20 und 22. Schlecht. Du musst auch richtig ein. Ja. Ja. Und wir führen immer noch 9-0. Jetzt musst du aber Gas geben. Seid jetzt mein Live. Hallo, Apollo. Hi, Apollo. Wir haben auch 200. Der ist im Bett. Unsere Söhne sind im Bett. Wir haben drei. Oha. Ich habe auch zwei Brüder. Zwei Brüder. Wie alt bist du? 13. Ach so. Die anderen sind über 20. Cool. Die machen dieses. FIFA 20. Was? Die machen dieses Ausbildung oder was es auch ist. Eine Ausbildung. Okay. Also einen Job suchen oder so, glaube ich. Okay. Was für ein Job? Ja, ich weiß es nicht. Ach so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, was Ausbildung ist. Ach so. Ausbildung ist da, wo man Beruf erlernt. Also Jenny, unsere Hunde heißen Maggie und Escher. Ja, dreigst ein schwarzes Bild. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maggie und Escher schlafen auch schon. Genauso wie unsere drei Jungen. Nico, der echte, der echte, der echte Nico. Hallo, esch der Nico. Der echte Nico. Naja, der echte Nico. Sind Sie mich hier alleine? Ja, du hast mich auch mal alleine gelassen. Verdammt. Na dann. Jetzt verliere ich bestimmt. Immer schön liken, liken, liken. Ob wir die Runde mal zeigen können? Bestimmt. Aber jetzt liegen sie schon. Kriegen wir morgen bestimmt mal hin. Es gibt ein Video von uns bei TikTok. Da sind die Hunde zu sehen. Tatsächlich. Bei YouTube auch. Hab ich. Habt ihr schon Geld verdient mit TikTok? Naja, nee, noch nicht. Ich hab schon fünf Euro. Super. Also wegen Geschenke und so. Ja. Was wir den ganzen Tag machen? Naja. Jetzt gerade. Durch die Quarantäne langweilen. Durch Geschenke verdient man, ja. Denn er müsste mir mal was schenken. Du bist gut, Bumuckl. Wir haben gewonnen. Das hat nicht gezählt. Okay. Ab dieser Runde zählt das. Alles klar. Dann versuchen wir es nochmal. Welcher Ring? Carmen, welcher Ring? Ja. Und welcher ist er? Und welcher ist er? Wir haben doch gar keinen Hochzeitsring. Wie kommst du darauf? Ehring. Wir haben doch gar keinen. Tomatenkopf. Moin. Ach du bist schlau wie schlau wie schlumpf. Sehr gut. Da weißt du aber mehr als wir. Tatsächlich. Der Pumuckl, der hat Angst zu verlieren. Warst du dir leid, Jenny? Ja, Carmen, da kann ich mal sehen. Also, dann musst du mich immer aufklären. Wenn du mehr weißt als wir, dann musst du uns schon was erzählen. Carmen weiß schon mehr als wir. Echt? Ob der Ring Diamant hat und alles. Der Ehering. Ja, das brauche ich mich. Oh, hat er wenigstens Diamanten? Der Ehering? Das kann dir Carmen beantworten. Carmen? Sie weiß nämlich mehr als wir. Wegen was tut es der Jenny leid? So, jetzt gehe ich auch kurz. Hast du gelesen bei Jenny? Was tut ihr leid? Ich habe gesagt, weil sie wollte die Hunde mal sehen. Und ich habe ihr gesagt, dass wir bei TikTok und bei YouTube Videos haben, wo die Hunde drauf sind, weil die jetzt schon schlafen. Das tut ihr leid, aber wir zeigen sie morgen mal, die Hunde. Versprochen. Ja. Oh, siehst du? Der Ring wird den Diamanten haben. Gib mal. Ich will auch was trinken. Trink nicht mehr alleine. Ich trinken. Ich trinke nie alleine. So, bis gleich. So. Jungs und Mädels. Ach so, dann ist ja nicht schlimm, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, Jenny. Kannst du ja noch nachholen. Sind ja drin. Wie gesagt, live hatten wir sie auch schon, aber das ging nicht. Wir rauchen. Wir haben tatsächlich versucht zu dampfen. Wir haben es so geschafft, bis die Schwiegermama da war. Guten Abend, Nico. Was und dann? Na, dann kam die Schwiegermama. Die hat geraucht und dann kam das Gefühl halt wieder. Und dann haben wir wieder angefangen. Aber die Dampfen sind noch da und die werden jetzt auch bald wieder in Gebrauch genommen. bloß während der Arbeitszeit ist es sehr schwierig. Ja, doch. Knappe zwei Wochen hatten wir ohne Zigaretten ausgehalten sogar. Tatsächlich. Und was macht ihr heute noch so Schönes? Knappe zwei Wochen hatten wir noch. Ja. 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 Arbeit macht Spaß. War nach langer Zeit wieder eine Arbeit, die schön ist. Dass du das frei brauchst, glaube ich dir. In der Pflege ist es gerade nicht einfach. Aber wie gesagt, ich könnte Pflege in die Nummer machen. Ich glaube, ich wäre genauso kaputt. Darum liebe ich jetzt meinen Job. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es sind zwar 8 Stunden, die du stehst, aber du hast schön zu tun. Ja, habe ich auch schon gehört. Oder hattest du mir das sogar gesagt? Ich weiß es gleich gar nicht. Irgendjemand hatte mir das gesagt. Aber soll sie machen, ist mir egal. Ich habe mit den Leuten nichts mehr zu tun. Jenny, gerne. Immer wieder. Könnte ja auch mal ein Duolette machen oder so. So, was weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mir mehr verraten? Naja, das ging jetzt über Arbeit. Achso. Darf ich wieder? Und die Jenny hat sich noch mal bedankt, dass wir sie im Video erwähnt haben. Erwähnt haben. Wir haben sie erwähnt. Nicht alle. Scheiß Alkohol. Energy. Ist klar. Das ist übrigens meine. Meine, meine. Das war meine. Schütz nicht aus. Meine. Meine. Warte mal. Du brauchst nicht genau. Genau. So sehe ich das doch. So viel trinke ich ja gar nicht davon. Nein. Energy? Nein. Du brauchst mir immer die Dose. Ja. Warum kannst du keinen Livestream machen? Wegen dem Internet. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Hallo Vital. Hallo Blutwolf. Hallihallo. Hallo. Alle Alemannen drin. Schönen guten Abend. Super Ticket. Hi. Hi. Kleiner zur Info. Und für die Neuen, die reingetreten sind. Morgen haben wir uns überlegt, dass wir live. Vielleicht mit einem Kind. Oder mal gucken, wie es den anderen Kindern geht. Was machst du? Wir sind doch im August. Mensch. Nochmal zum Thema zurück. Wollen wir morgen live wahrscheinlich. Ein Spielchen machen. Mal was lustiges mit reinbringen. Und nicht nur da sitzen. Und Schnute ziehen. Und du wurdest gemeldet? Warum das denn? Das ist ja scheiße. Ja. Finde ich doof. Super Ticket. Guten Abend. Der Negan Smith. HNH 12. Ich liebe meine Eikos. Ach so, weil ich ihr vorhin erzählt habe, dass wir gedampft haben, bis die Schwiegermama kam. Ja, die hat es wieder kaputt gemacht. Ich komme mit der Eikos nicht klar. Aber ich weiß immer noch nicht, wo deine ist. Edgar Paul. Hallihalli. Ach so, als hätte ich hier oben Glatze. Naja, da fehlt nicht mehr viel. Ich muss wieder färben. Ach so. Wir müssen wieder künstlich werden. Färben. Nicht künstlich. Färben. Nicht künstlich. Schick. Bis gleich, Blutwolf. Nimmst du unsere Zwecke nochmal mit? Genau, die müssen auch nochmal raus. Ja, na klar können wir morgen nochmal live kommen. Was du zu Weihnachten bekommst. Ich dachte, du weißt alles, Carmen. Hm. Tja. Weißt du wohl doch nicht alles. Ob ich überhaupt Weihnachten so gebe wieder, wie wir es immer hatten. Auch unsere sind gar nicht anstrengend. Nein. Überhaupt nicht. Das sind ganz liebe Engel. Ganz liebe. Die bellen nicht. Die springen die Mann an. Laufen ganz toll mit. Träumen sich auch gar nicht. Nein. Ja, ich glaube es auch nicht. Bitte, Jenny. Doch nicht. Na sowas. Also Escher geht gerne raus. Ja. Der mag das. Aber die Maggie. Die musst du zerren. Die musst du zwingen rauszugehen. Obwohl sie ein Hund ist. Es ist wirklich ein Hund. Kathi und Toni. Hallo Kathi. Toni. Das ist ein Kommen und Gehen. Das wäre nie mehr als vier. Hm. Hm. Sind halt noch zu langweilig. Wir sind zu langweilig. Okay. Vielleicht läuft es morgen mit dem Spiel besser. Könnte sein. Wenn es den Kindern besser geht. Den Sven können ja mitmachen. Bis gleich. Bis gleich. Aber ohne sich anzulehnen ist irgendwie unmöglich. Können wir das nicht hier so rüberschieben? Wir können uns anlehnen. Echt jetzt? Ja. Ich will aber nie. Wir zeigen euch jetzt mal einen anderen Ausblick. Komm rüber. Na klar mögen wir dich. Oh. Jetzt blind bin ich aber geblendet. Du musst du weiter wegdrücken. Jetzt machen wir hier Sofa-Rücken. Oh guck mal meine schöne Orchidee. So weit nicht. Sonst können wir es gar nicht mehr lesen. Ich liebe Orchideen. Orchideen. Hm. Meine ganzen Fensterbretter sind voll. Nicht nur deine. Genau. Und Mini Maus. Mini Maus. Kommt. Wir waren letztens in Hannover. Und was hat mein Schatz gemacht? Ja wir haben ein Ringlicht. Hat man noch ein neues Halstuch von Mini Maus. Ich liebe Mini Maus und Orchideen. Na sicher haben wir ein Ringlicht. Ja. Wir sind doch Profis. Wir überlassen hier nichts dem Zufall. Du ach. Oh. Nächstes Mal bringe ich dir auch was mit. Komm. Stimmt. Steht auf Mini Maus. Der hat ja auch nicht Mini Maus Tasche. Wie ich. Siehste. Ich weiß. Wenn ich das mal nicht wüsste. Tja. Aber für die Arbeit ist es ganz schön groß. Für die Arbeit ja. Cool cool. Vital 4 IK 15. Moin. Was weißt du? Was glaubst du nicht? Dass ich was mitbringe? Klar. Oder was meinst du? Klar. Aber du darfst dann eben immer die Haustüren verwechseln. Das war für die Entschuldigung. Jenny. Sicher würden wir in deinen Livestream kommen? Na klar. Mach mal. Einfach Bescheid sagen. Am besten immer abends. Weil tagsüber ist es immer schwer. Gut. Ich weiß. Das war fies, ne? Boah. Das muss sich einfach mal loswerden. Was macht nämlich ja so? Viel arbeiten. Aber nicht jetzt. Na jetzt. selber blub. Ding dong. Das ist das schon wieder. Moonlight Magic. Moonlight. Guck mal, Leute, ohne Bilder. Hallo? Man sieht dich nicht. Ich weiß, was du im Klick bist. Du bist doch wieder noch nicht mehr achten, oder? Gute Nacht, Claudi. Hä? Super Zicke. Das ist nicht Claudi. Nein. Super Zicke. Gute Nacht. Kotlin 3 XU S4 Moin. Hey. Ja. Jetzt ist er raus. Ja, Schatz, wir müssen offen hier. Morgen um 16 Uhr. Schreib uns da am besten nochmal. Doch, ist Claudi. Hä? Sag ich doch. Wieso hast du... Hä? Klar ist es Claudi. Cardi und Toni. Da seid ihr wieder. Morgen 16 Uhr. Also, wir mussten uns schreiben. Weiß ich noch nie genau. Wir müssen ja auch erst mal gucken, wie es ins Wehen geht. Genau. Der Dritte ist zwar fit, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Spätestens abends dann. Meine Haare. Ich habe meine Beinhaare. So, so. So, so, so. Erzählt mal was. Ich weiß es langsam nicht mehr was. Uns geht's gut. Es ist schon spät. Tatsächlich. Ja. Das stimmt. Das Weihnachtszeug habe ich noch nie aufgebaut. Tatsächlich. Ich bin diesmal ziemlich spät dran, aber... Das liegt nicht an mir. Hatte jetzt... Nein! Das kann nicht an mir liegen. Es ist nach November. Im November noch? Nee. Ab Dezember. Aber ich baue das die Tage auf. Mach ich. Mach ich. Wirklich. Mach ich. Hör auf. Du wirst mal hier drehen. Der Umdielung blieb. Genau. Erster Advent. Na, 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 ganz. Wenn sie will, geht das nicht so. Doch, doch, doch. Sie hat es gesagt. Siehst du? Nein, nein. Da habe ich ein Würtchen mitzureden. Hat doch nicht. Habe ich wohl. Hat doch nicht. Habe ich ja. Hast du nicht. Habe ich doch. Aber nicht, aber nicht. Aber na, ganz. Nein. Sicher. Nein. 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 Ich brauche nur jemanden, der das hochholt. Ach. Ich dachte, ich möchte mitzureden. Einer muss es hochholen. Ich kriege das. Ich tue das den Hunden links und rechts, wie bei die Esel, ranbinden. Auf den Schlitten. Nee, ranbinden auf den Rücken. Dann nimmst du die Hunde als Rentiere, die das Weihnachtszeug schleppen. Das ist eine gute Idee. Aber wir zeigen morgen mal Escher und ich will mal wissen, ob ihr auch den Verdacht habt, ob da Husky drinne steckt. Wir vermuten nämlich echt, dass da Husky drinne ist. Sie darf es entscheiden. Dankeschön, Jenny. Wo bleibt da die Gleichberechtigung? Warum darf ich das nicht mitentscheiden? Bei Deko, das geht den Männern einfach nichts an, oder? Das machen wir Frauen. Emanzipation? Gleichberechtigung? Aber nicht bei Deko. Ach so, wir suchen uns die Punkte nur raus. Ah ja. Wir einigen uns nochmal. Jetzt für unseren Zuschauern. Du kochst, ich Deko. Ist klar. Da kann man mich echt gut kochen. Das sieht man an meinem Bauch. Essen kann er auch gut. Ey. Außer mein Mann darf jetzt. Ja. Mein und nicht. Ah, woher her? Oh ja. Du gehst kochen. Ach ja. Siehste? Du darfst beim Essen entscheiden. Ich bei der Deko. Ja, stopp, stopp, stopp. Ich koche. Entscheiden tut sie aber mit beim Essen. Muss ich. Siehste? Also, sie dekoriert und ich entscheide mit. Das ist gut. Ein bisschen. Vielleicht. Ich gewinne trotzdem. Du träumst. Was es morgen gibt? Was gibt es denn morgen? Morgen zu essen. Morgen gibt es eine. Hähnchenbrust, Gemüse, Reispfanne, a la Daniel. Genau. So ist es. Jetzt hast du Hunger. Jetzt. Warte, warte. Ich renne in die Küche und koche sofort. Ne, sie hat ja gefragt wegen Morgen. Ach so, wegen Morgen. Aber du hast jetzt Hunger. Ne. Was gibt es morgen? Ja, und dann? Hab Hunger. Ne, nimm mal Jasmin. Ja, ne, er weiß dann, ist es wieder. Ach. Ach ne, brauchst du nicht. Geht doch gar nicht. Einladung. Du musst da einladen. Bolognese, ja, Bolognese ist auch gut. Oh, nicht schon wieder Nudeln. Warum? Wieso schon wieder? Noch schon lange nicht. Jetzt hören wir deinen Spruch. Jenny, wie alt bist du? Du kannst besser raten. Ich verkack das nur. Ich muss erst noch mal ein Bild ersehen. Ich gucke doch bei dir ein Profil. Hi. Hi, Rieke. Rieke. Ratet mal, wie wir alt wir sind. Außer die Mausi, die es weh ist. Na, Maus. Ich habe eine Idee, Carmen. Ne, morgen ist ja mitten in der Woche, hm? Ja und, ihr habt frei? Wir machen morgen Bolognese für dich. Na, aber du musst kommen. Ich weiß ja nicht, ob du Angst vor Corona hast. Aber ansonsten bist du herzlichst eingeladen. Also, ich würde sagen, Jenny, oh, 46, 45 sind wir. Ja, wir sind 46, 45. Wer sagt das? Jenny. Wer? Alle beide? Ja, meinst du nur ich? Ja, du ist gut. Ne, das ist nicht. Ich will nie. Warte mal was sagen. Ja, wenn wir was sagen. Also, ne. 46, 45 stimmt bei beiden nicht. Bei einem von uns bist du knapp dran. Was denn? Geht ruhig weiter. Ich muss auch mal was gucken. Hier ist sie. Bitte sprechen Sie jetzt. 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 Hat die Jenny eigentlich ein Video von sich selber drin? Klo nicht. Okay Jenny, nach deinen Videos zu urteilen bist du auch noch ziemlich jung, ja? Ja, gut. Es wird schon besser. Also, bei einem hast du es geschafft. Sehe ich wirklich so alt aus? Ja. Nein. Das liegt da in der Kameraeinstellung. Also, um das mal aufzulösen. 33, 44. Also, bei mir lag es Gold richtig. 33, 44. Und du? Carmen sagt nichts mehr zum Essen. Carmen! Du wurdest gefragt. Jetzt ist das Angebot vorbei. Pass mal auf, du rufst heute noch gut im Prat an. Und ich darf es mir anhören dann. Ich halte an dem Handy so weit weg. Hm. Hier, die hat gerade so gehört. Was? Das tut mir aber leid, Carmen. Mausi. Dani hatte gesagt, er macht Mokenbolognese. Ich bin 14. Hab ich mir gedacht, dass du so jung bist. Aber egal. Auf alle Fälle, Mausi. Carmen. Dani macht Mokenbolognese, wenn du vorbeikommst und keine Angst hast, weil Emil ja positiv ist. Oder zumindest getestet worden ist. Siehst du? Es war nur Spaß. Die will nie zu uns kommen. Ach so. Ah ja. Die verwechselt immer den Eingang. Was? Die verwechselt immer den Eingang. Ach so. Okay, muss ich das verstehen. Ach so. Du hast jetzt eine Maske auf. Das kannst du dir nicht leisten. Nee, muss man auch nicht riskieren. Nein, alles gut. Jerry, moin. Boah, Chrissy Futsch. Na, sag mal Jenny. Ja, manchmal kann ich es nicht lassen, Mausi. Weißt du doch. Jenny, was musst du uns sagen? Irgendwann. Irgendwie, irgendwann. Oder wie geht das? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Krieg ich Erber von Carmen und ihren Mann. Ja. Aber nur sie. Nein. Du meinst. Nein. Nee, nee. Ich will jetzt kein Matriener haben. Allzu lange. Genau, siehst du? Genau, sie. Ist der Große, oder, Hina, Mausi? Guckt er eventuell mit? Ich höre es schon von Micha. Ihr habt da echt lange Weile. Das ist ein Mikrofen. Typisch Mikrofen. Das ist im Wohnzimmer. Der hört nie mit. Großer. Ach, hört nie mit. Siehst du? Verdammt. Aber wenn ich mich nicht verguckt habe, kurz, war er das letzte Mal wieder auf dem Hof. Aber, wie gesagt, nur auf dem Hof. Mittendrin steht nur dabei. Ja. Jenny, du hast eine Frage. Weil lange machen wir auch nicht mehr. Na ja, dann. Hast du dich wieder am Eingang vertan? Nicht immer. Ist ja nichts Neues. Ah. Alles gut. Nicht schlimm. Die meiste Zeit haben wir ja eh keine Zeit wegen der Arbeit. Wieso stink ich? Habt ihr gerade gesagt? Alles gut. Ist ja nicht schlimm. Kann ich ja nicht dafür, wenn du einen Einganglaufen vorweg schoßt. Ich habe auf Arbeit auch schon die Tür verwechselt. Echt? Mhm. Welche Tür hast du gelockt? Von den Brennstoffen. Falsche Führung. Kann passieren. Was? Das ist auch Corona. Oh je. Na ja, aber dafür kann ich ja keiner was. Ach so. Nee. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Hi Black Pearl XX. Da kommt auch was. Das ist kein Punkt gesetzt. Ah. Aua. Carmen, wenn du es haben willst, wirst du bloß zu uns kommen. Knuddelst du kurz die Jungs und schon hast du es. Musst du aber Arschworten, bis der PCR-Test durch ist. Dann wissen wir es genau. Das stimmt. Das stimmt. Da hast du wohl recht. Da hast du recht. Papagei. Papagei. Cindy Schott. Hallihallo. Hoi. Danke Jenny fürs Like. Danke. Danke. Mach immer noch. Leid. Jetzt ja. Oh, wenn er positiv ist, dann sind wir die nächsten 14 Tage in Quarantäne. Hm. Na ja, gut. Aber ich werde mich nochmal testen lassen und dann gehe ich wieder. Dann musst du dich testen lassen, sonst darfst du ja nicht raus. Wenn der negativ ist, gehe ich dann trotzdem. Ja, dann ja. Hat der Chef ja gesagt, dass ich es so machen soll. Ja. So ist es. Und ja, ich liebe meine Arbeit. Wirklich? Ja. Wirklich? Na klar. Ich habe mich noch ganz coole Arbeitskollegen. Fetzen. Fetz, fetz. Ja, aber ich bin in der Brennstoffanlage gegangen. War cool. Da war es warm. Noch wärmer als bei uns. Okay. An ihm dit. Moin. Hi, hi, hi. Fisch. So. Also langsam. Machen wir Feierabend. Wir haben uns verabschieden. Ne? Seit wann holen wir zusammen? Seit ein paar Monaten. Arsch. Ja. Noch nie allzu lange. Gute Nacht, Carmen. Gute Nacht, Mausi. Grüß schön. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem mal wieder auf den Kaffee. So, Anim. So, Leute. Wir verabschieden uns jetzt mal. Gutes Nestle. Schlaft alle schön. Träumt süß. Genau. Ja, Carmen, wenn du die Tüne verwechselst. Du bist doof. Nein, ich hab dich auch ganz doll lieb, Mausi. Es weißt du eigentlich. Eigentlich. No. No. So, Leute. Gudi. Macht's gut. Tschüss. Bis morgen. Tschau. Nacht. Tschau. Nacht. 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 Vielen Dank.